Musik Erste Frage, Comedy for Future, Umweltthemen. Du wärst jetzt ehrlich gesagt nicht der Erste, der mir eingefallen wäre. Warum machst du mit? Also ich finde es schön, dass du mitmachst, aber warum? Naja, klar, man steckt in einer Schublade. Ich wäre sicher auch nicht als erstes auf mich gekommen, aber ich engagiere mich ja schon seit Jahrzehnten für verschiedene Sachen. Und hatte jetzt gerade ein Umweltprojekt angeschoben in Schleswig-Holstein mit der Umweltstiftung Schleswig-Holstein zusammen. Ein Aufforstungsprojekt. Insofern, also ich kenne mich ja, hat man da bei mir offene Türen eingerannt. Habe auch sofort zugesagt, ja. Aber du hast ja lustigerweise das Thema Konsum. Da fiel mir an, du bist doch der mit der Rolex, mit dem Porsche. Wie passt das denn zusammen? Oder? War das nicht eine Rolex? Image ist ja alles. Und ich sage ja auch immer, diese Rolex. Aber das ist, was steht da? Rivado. Die kostet bei Karstadt 42 Euro. Ach Gott. Du hast mir jetzt meine ganzen Jahre kaputt gemacht. Ich habe mir gesagt, er hat eine Rolex. Nein, weil die geht nie kaputt. Das ist gut. Okay, das war ich jetzt. Okay. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nächste Frage. Du hast dich für das Thema entschieden oder wurde das zugeteilt? Ich habe mich für das Thema entschieden. Ich war relativ am Anfang dabei und da lagen alle Themen noch auf dem Tisch. Und dann konnte ich mir frei aussuchen. Ja. Aber ist es denn nicht schwierig? Ich meine, ihr habt jetzt gesagt, ihr macht jetzt nur nicht das Ernste, weil die Leute kommen ja her, die wollen lachen. Ja, ja. Es muss zum Lachen sein, ganz klar. Aber es gibt ja jetzt auch so, ich meine, es gab ja schon Comedians, die haben mich ganz schön in die Nesseln gesetzt, gerade so bei Klimathemen und so weiter. Ist das schwierig, sowas dann anzupassen? Natürlich ist das schwierig. Da stellst du schon die richtige Frage, finde ich. Aber wenn du Angst hast, anzuecken, dann kannst du, glaube ich, als Komiker gar nicht arbeiten. Und ab und zu muss man so einen Shitstorm über dich ergehen lassen. Meine Karriere besteht ja nur aus Ärger. Das hast du schon mal gesagt. Ja, doch. Ich hatte jetzt gerade wegen Helene Fischer auch wieder so einen kleinen Shitstorm. Aber wenn man das nicht aushalten kann, dann muss man Pastor werden. Letzte Frage. Hast du dein Leben jetzt irgendwie gerade so im Klimawandel und so, hast du das ein bisschen geändert, angepasst? Schon so in den letzten Jahren hat sich einiges geändert. Zum Beispiel esse ich kein Fleisch mehr. Schon wieder so ein Ding, ne? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, da hat Moses Peller mich draufgebracht. Er ist ja fast militanter Veganer und er meinte auch, wir können doch nicht unsere Mitbewohner aufessen. Er meinte, die Tiere sind doch unsere Freunde. Und ich habe erst mal gesagt, ja, aber Freunde, die ziemlich gut schmecken. Nein, aber ich habe damit aufgehört, Fleisch zu essen und mir geht es gut damit. Und der Porsche kriegt Biodiesel? Ich fahre den Porsche aus umwelttechnischen Grünwald. Ich bin schneller am Ziel und verpeste die Luft nicht so lange. Vielen lieben Dank. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr gefreut.